In den dunkelsten Tiefen des Vietnamkriegs zwischen 1965 und 1972 stand eine furchtlose und kühne Gruppe amerikanischer und australischer Soldaten einem Feind gegenüber, der weitaus unheimlicher war als alles, was über dem Boden zu sehen war. Das labyrinthartige Netzwerk von Tunneln, das von den Vietcongen gegraben wurde. Sie waren bekannt als die Tunnelratten und ihre erschütternden Geschichten von Tapferkeit, Mut und Opferbereitschaft haben ihre Namen in die Geschichte eingebrannt. Ein solcher Soldat, Sergeant Donald Sloat, verkörperte das unerschütterliche Engagement der Tunnelratten für ihre gefährliche Mission, was ihm posthum eine Ehrenmedaille einbrachte. Bewaffnet mit nicht viel mehr als einer Taschenlampe, einer Pistole und ihrer unbeugsamen Entschlossenheit, tauchten diese unerschrockenen Krieger in die klaustrophoben Grenzen der Tunnel ein, navigierten Sprengfallen, giftige Kreaturen und feindliche Kämpfer an jeder Ecke. Wie Präsident John F. Kennedy einmal sagte, der Preis für Freiheit ist immer hoch, aber Amerikaner haben ihn immer bezahlt. Die Tunnelratten waren keine Ausnahme, sie zahlten den höchsten Preis in ihrem Streben nach Sieg. Begleiten Sie uns, während wir die unterirdische Welt der Tunnelratten erkunden, die Geschichten dieser ungesungenen Helden aufdecken, die sich unvorstellbaren Schrecken in der erstickenden Dunkelheit unter den Dschungeln Vietnams stellten. Willkommen im Tagebuch von Julius Cäsar. Abstieg in die Dunkelheit. Die unbesungenen Helden des Untergrundkriegs in Vietnam. In den frühen Jahren des Krieges entdeckten die amerikanischen und australischen Streitkräfte schnell, dass die Vietcong, ein umfangreiches Netzwerk von unterirdischen Tunneln, in ganz Südvietnam gebaut hatten. Diese Tunnel, die mit einfachen Werkzeugen per Hand gegraben wurden, dienten als Wohnquartiere, Lagerräume und sogar improvisierte Krankenhäuser für die Vietcong. Sie ermöglichten es dem Feind, sich unbemerkt zu bewegen, Überraschungsangriffe zu starten und der Gefangennahme zu entgehen. Es war klar, dass etwas getan werden musste, um dieser heimtückischen und tödlichen Taktik entgegenzuwirken. Diese Soldaten, hauptsächlich aus den Vereinigten Staaten und Australien, wurden speziell ausgebildet, um die gefährlichen und klaustrophobischen Bedingungen der Tunnel zu navigieren. Sie kamen aus verschiedenen militärischen Hintergründen, teilten aber eine gemeinsame Eigenschaft, eine unerschütterliche Tapferkeit angesichts der Gefahr. Einer der bekanntesten Tunnelratten war Sergeant Thomas Tom H. Taylor, ein dekorierter Soldat, der in der 25. Infanteriedivision diente. Er würde später seine Erfahrungen in den Tunneln in dem 1987 Buch »Tunnelratte in Vietnam« schildern. Den Tunnelratten wurde keine spezielle Ausrüstung ausgegeben, daher verließen sie sich auf ihren Verstand, ihre Ressourcen und ein paar grundlegende Werkzeuge. Mit nur einer Taschenlampe, einer Pistole und einem Messer würden sie in die engen, pechschwarzen Gänge kriechen, unsicher, was sie um jede Ecke erwartete. Die Tunnel waren oft mit Stolperdrähten, Pungi-Sticks und giftigen Schlangen versehen, sodass jeder Schritt eine potenzielle Begegnung mit dem Tod sein könnte. Während die Tunnelratten diese unterirdischen Labyrinthe navigierten, mussten sie sich auch mit der ständig präsenten Bedrohung durch im Hinterhalt liegende feindliche Soldaten auseinandersetzen. Eine Anekdote, die den Mut der Tunnelratten veranschaulicht, stammt von Staff Sergeant Bill Mowell Marshall, der 1966 mit der 1. Infanteriedivision diente. Während einer Operation entdeckte Marshall einen verborgenen Tunneleingang und kroch hinein, nur um sich einem Vietcong-Soldaten von Angesicht zu Angesicht gegenüber zu sehen. In der Dunkelheit rangen die beiden Männer, ihre Waffen vergessen. Marshall schaffte es schließlich, seinen Gegner zu überwältigen und ihn aus dem Tunnel zu ziehen, um gefangen genommen zu werden. Es waren nicht nur die physischen Gefahren, denen die Tunnelratten gegenüberstanden, die psychische Belastung ihrer Arbeit war immens. Die Dunkelheit, die beengten Räume und die ständige Angst vor dem Tod konnten selbst den stärksten Soldaten zermürben. Aber trotz der Herausforderungen drängten die Tunnelratten vorwärts, angetrieben von ihrem Pflichtgefühl und dem Wissen, dass ihre Arbeit für die Kriegsanstrengungen von entscheidender Bedeutung war. Ihre Bemühungen waren nicht umsonst. Die von den Tunnelratten gesammelten Informationen halfen, die Tunnelsysteme zu kartieren, Vietcong-Versorgungswege zu identifizieren und versteckte Waffen und Versorgungslager aufzudecken. Sie spielten auch eine Schlüsselrolle bei der Zerstörung der Tunnel, indem sie Sprengstoffe platzierten und die komplizierten Gänge zum Einsturz brachten, um ihre weitere Nutzung durch den Feind zu verhindern. Die Beiträge der Tunnelratten zur Vietnamkriegsanstrengung waren immens, aber ihre Geschichten werden oft nicht erzählt. Während der Krieg über der Erde tobte, führten diese mutigen Männer einen geheimen Kampf unter dem Boden Vietnams. In den Worten von Tom Taylor, einem von ihnen, die Tunnelratten waren eine ganz besondere Art, und sie wussten es. Sie führten ein Leben voller Gefahr, Schmutz und Entbehrungen, das andere in den Wahnsinn getrieben hätte. Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass wir uns an die Opfer und den Heldenmut dieser ungesungenen Helden erinnern, die die Dunkelheit und den Schrecken des Untergrundkriegs erlebten. Unterirdische Festungen, die Geheimnisse der Vietcong-Tunnel, entwirren. Das komplexe Netzwerk von Tunneln, das von den Vietcong während des Vietnamkriegs genutzt wurde, hat Historiker und Militärbegeisterte gleichermaßen fasziniert. Diese unterirdischen Festungen, die sich über hunderte von Meilen unter den Dschungeln von Vietnam erstreckten, waren ein Zeugnis für die Widerstandsfähigkeit und Einfallsreichtum der Vietcong-Kräfte. Diese verborgene unterirdische Welt spielte eine entscheidende Rolle im Krieg, indem sie den Vietcong einen strategischen Vorteil verschaffte, der ihre Feinde verwirrte, und es ihnen ermöglichte, einen äußerst effektiven Guerillakrieg zu führen. Die Ursprünge der Tunnelsysteme lassen sich bis in die späten 1940er Jahre zurückverfolgen, als die kommunistischen Kräfte, damals bekannt als Viet Minh, begannen, Tunnel als Mittel zur Flucht vor den französischen Kolonialkräften zu graben. Die Tunnel wuchsen im Laufe der Jahre in Komplexität und Umfang und erreichten schließlich ihren Höhepunkt während der 1960er Jahre. Das bekannteste dieser Tunnelsysteme waren die Kutschi-Tunnel, die etwas außerhalb von Saigon lagen. Über 150 Meilen lang dienten diese Tunnel als Basis der Vietcong für die Tät-Offensive im Jahr 1968. Die Errichtung der Tunnel war ein mühsamer und gefährlicher Prozess, der hauptsächlich von Dorfbewohnern und Vietcong-Soldaten durchgeführt wurde. Ausgestattet mit wenig mehr als grundlegenden Handwerkzeugen gruben sie tief in die Erde und entfernten den Boden in kleinen gewebten Körben. Die Tunnel waren in der Regel schmal, nur etwa zwei Fuß breit und drei Fuß hoch, um sie für größere amerikanische Soldaten schwierig zu navigieren. Die Tunnel wurden auch absichtlich mit mehreren Kurven und Windungen gebaut, um den Fortschritt des Feindes zu behindern und das Aufstellen von Fallen zu erleichtern. Die Tunnelsysteme waren sehr organisiert und effizient, bestehend aus mehreren Ebenen und Kammern, die verschiedene Zwecke erfüllten. Sie enthielten Wohnbereiche, Lagerplätze für Waffen und Vorräte und provisorische Krankenhäuser, in denen Verwundete behandelt werden konnten. Belüftungsschächte sorgten für eine stetige Zufuhr von frischer Luft und verborgene Ein- und Ausgänge ermöglichten es den Vietcong, Überraschungsangriffe zu starten oder spurlos zu verschwinden. Einige Tunnel hatten sogar rudimentäre Sanitärsysteme, die es den Vietcong ermöglichten, für längere Zeit unterirdisch zu bleiben. Einer der faszinierendsten Aspekte der Tunnelsysteme waren die genialen Fallen, die die Vietcong zum Schutz ihrer unterirdischen Zufluchtsorte konstruiert hatten. Diese Fallen waren darauf ausgelegt, Eindringlinge zu verstümmeln, zu töten oder zu fangen und reichten von einfachen Gruben, die mit scharfen Bambuspflöcken gefüllt waren, bekannt als Punji-Fallen, bis hin zu komplizierteren Vorrichtungen wie der Schwingfalle, einem schweren Baumstamm, der herunterschwingen und einen ahnungslosen feindlichen Soldaten zerquetschen würde. Es war auch bekannt, dass sich in den Tunneln giftige Schlangen befanden, was eine weitere Gefahrenschicht für diejenigen hinzufügte, die es wagten einzutreten. Die strategische Bedeutung der Tunnel im Krieg kann nicht überbewertet werden. Sie ermöglichten es den Vietcong, Überraschungsangriffe gegen amerikanische und südvietnamesische Kräfte zu starten und dann wieder in die Sicherheit ihrer unterirdischen Verstecke zurückzukehren. Sie dienten auch als essentielles Mittel zur Kommunikation und Koordination unter den weit verstreuten Vietcong-Einheiten, wodurch sie koordinierte Angriffe auf feindliche Positionen durchführen konnten. Eine der bemerkenswertesten Geschichten, die die Tunnel betreffen, ereignete sich im Jahr 1966 während der Schlacht von Tan Son Nutt, als eine Gruppe von Vietcong-Kommandos es schaffte, die schwer befestigte Tan Son Nutt Air Base zu infiltrieren, indem sie einen Tunnel benutzten, der direkt in die Basis führte. Einmal drinnen starteten sie einen verheerenden Angriff auf die dort stationierten amerikanischen und südvietnamesischen Kräfte und verursachten erheblichen Schaden, bevor sie sich wieder in die Sicherheit ihrer Tunnel zurückzogen. Die Lebensader der Vietcong, die Geheimnisse des Ho Chi Minh Pfades, enthüllen. Durch das zerklüftete Gelände von Vietnam, Laos und Kambodscha schlängelt sich der Ho Chi Minh Pfad und steht als Zeugnis für die Ressourcen und Entschlossenheit der nordvietnamesischen Streitkräfte während des Vietnamkriegs. Diese strategische Versorgungsroute, benannt nach dem nordvietnamesischen Führer Ho Chi Minh, spielte eine entscheidende Rolle im Krieg und ermöglichte es dem Norden, Truppen, Waffen und Vorräte zu ihren Vietcong-Kameraden im Süden zu transportieren. Die Geschichte des Ho Chi Minh Pfades ist eine von Einfallsreichtum, Widerstandsfähigkeit und dem schieren Willen, den Widrigkeiten trotz überwältigender Gegnerschaft zu trotzen. Der Pfad war kein einzelner klar definierter Weg, sondern ein komplexes Netzwerk von Straßen, Fußwegen und Flussrouten, das sich über tausende von Meilen erstreckte. Er begann in Nordvietnam, schlängelte sich durch die dicht bewaldeten Berge von Laos und Kambodscha, bevor er sein endgültiges Ziel im Süden erreichte. Der Bau des Pfades begann im Jahr 1959, als die Spannungen zwischen Nord- und Südvietnam eskalierten und bis Mitte der 1960er Jahre war er zu einer lebenswichtigen Lebensader für die Nordvietnamesen und die Vietcong geworden. Um die Geheimhaltung des Pfades zu gewährleisten und ihn vor feindlichen Angriffen zu schützen, setzten die Nordvietnamesen eine Vielzahl von Taktiken ein. Das dichte Dschungeldach bot natürliche Tarnung, während Täuschungspfade eingerichtet wurden, um feindliche Streitkräfte zu verwirren. Einfallsreiche Methoden wurden genutzt, um Flüsse zu überqueren und bergiges Gelände zu durchqueren, wie zum Beispiel der Einsatz von Bambusflößen und provisorischen Brücken. Die Nordvietnamesen richteten auch ein System von Stationen entlang des Pfades ein, an denen Truppen sich ausruhen und wieder ausrüsten konnten, bevor sie ihre Reise nach Süden fortsetzten. Das Transportieren von Vorräten und Truppen entlang des Pfades war keine leichte Aufgabe. Das raue Gelände und das harte Klima forderten ihren Tribut von Mensch und Maschine. Konvois aus LKWs und Packtieren sowie Soldaten zu Fuß durchquerten den Pfad und trotzen heftigen Regenfällen, sengender Hitze und der ständig präsenten Bedrohung durch Malaria übertragende Mücken. Trotz dieser Herausforderungen hielten die Nordvietnamesen durch, zeigten eine unerschütterliche Entschlossenheit, die lebenswichtige Versorgungsroute offen zu halten. Der Ho Chi Minh Pfad war ein ständiger Dorn im Auge der amerikanischen und südvietnamesischen Streitkräfte, die darum kämpften, den Fluss von Vorräten und Truppen zu stören. Die Vereinigten Staaten starteten Operation Rolling Thunder im Jahr 1965, eine umfangreiche Luftbombardierungskampagne mit dem Ziel, den Pfad zu zerstören und die nordvietnamesische Kriegsanstrengung zu lähmen. Die Widerstandsfähigkeit der Nordvietnamesen war jedoch nicht zu unterschätzen. Wenn ein Abschnitt des Pfades beschädigt wurde, reparierten sie ihn schnell oder leiteten die Versorgungskonvois um. Das dichte Dschungeldach machte es den amerikanischen Piloten schwer, den Pfad effektiv zu lokalisieren und zu treffen. Einer der kühnsten Versuche, den Pfad abzuschneiden, fand im Jahr 1970 statt, als US- und südvietnamesische Streitkräfte die fehlgeschlagene Operation Lam Son 719 starteten. Dieser ehrgeizige Bodenangriff zielte darauf ab, den Pfad an seinem Mittelpunkt in Laos zu durchtrennen. Die Operation stieß jedoch auf heftigen Widerstand der Nordvietnamesen, die gut auf den Angriff vorbereitet waren. Nach wochenlangen, intensiven Kämpfen waren die alliierten Streitkräfte gezwungen, sich zurückzuziehen. Ihre Mission war gescheitert. Das toxische Erbe, Aufdeckung der verheerenden Auswirkungen von Agent Orange. In den Aufzeichnungen des Vietnamkriegs sind wenige Themen so umstritten und emotional aufgeladen, wie der Einsatz von Agent Orange. Dieses giftige Herbizid, das vom Militär der Vereinigten Staaten als Teil seiner chemischen Kriegsführung eingesetzt wurde, hinterließ ein tragisches und andauerndes Erbe in seinem Gefolge. Die Folgen von Agent Orange sind noch heute zu spüren, mit seinen giftigen Auswirkungen, die in der Umwelt verbleiben und unzählige unschuldige Zivilisten quälen, die weiterhin unter seinen verheerenden gesundheitlichen Folgen leiden. Die Geschichte von Agent Orange beginnt in den frühen 1960er Jahren, als das Militär der Vereinigten Staaten eine Möglichkeit suchte, den Einsatz des dichten Dschungelgeflechts der Vietcong als Deckung für ihre Guerillataktiken zu bekämpfen. Als Antwort griffen sie auf ein mächtiges Herbizid namens Agent Orange zurück, das von Firmen wie Monsanto und Dow Chemical hergestellt wurde. Der Hauptbestandteil des Herbizids, Dioxin, war ein starkes Gift, das für seine Fähigkeit bekannt war, Vegetation schnell und effektiv zu töten. Beginnend in 1961 und fortsetzend bis 1971 führte das Militär der Vereinigten Staaten eine groß angelegte Entlaubungskampagne durch, bekannt als Operation Ranch Hand. Im Laufe der Operation wurden mehr als 20 Millionen Gallonen Agent Orange über große Teile Vietnams sowie Teile von Laos und Kambodscha versprüht. Ziel war es, das dichte Dschungeldach, das den Vietcong-Deckung bot, zu zerstören und die Ernten zu ruinieren, die sie ernährten, um sie effektiv der Ressourcen zu berauben, die sie für die Kriegsführung benötigten. Die unmittelbaren Auswirkungen von Agent Orange waren atemberaubend. Weite Gebiete des üppigen Dschungels wurden in öde Ödland verwandelt und einst fruchtbare landwirtschaftliche Flächen lagen in Trümmern. Es wurde jedoch bald deutlich, dass die Folgen des Herbizids weit über seine beabsichtigten Ziele hinausgingen. Die Zivilbevölkerung Vietnams begann eine Vielzahl von Gesundheitsproblemen zu erleben, von Hautausschlägen und Atemproblemen bis hin zu Geburtsfehlern und erhöhten Krebsraten. Das tragische Erbe von Agent Orange beschränkte sich nicht auf das vietnamesische Volk. Amerikanische Soldaten, die während ihrer Dienstzeiten dem Herbizid ausgesetzt waren, begannen nach ihrer Rückkehr in die Heimat ähnliche Gesundheitsprobleme zu melden. Viele dieser Veteranen führten einen langen und schwierigen Kampf um Anerkennung und Entschädigung für den Schaden, den sie durch diese giftige Chemikalie erlitten hatten. Einer solcher Veteran, Hauptfeldwebel Elmo R. Zumwald III., war der Sohn von Admiral Elmo R. Zumwald II., der während seiner Amtszeit als Kommandeur der US-Marine-Streitkräfte in Vietnam den Einsatz von Agent Orange angeordnet hatte. Der jüngere Zumwald, der während seines Dienstes in Vietnam Agent Orange ausgesetzt war, wurde im Jahr 1983 mit Krebs diagnostiziert und verstarb im Jahr 1988. Sein Vater, geplagt von Schuldgefühlen über die Rolle, die er beim Einsatz des Herbizids spielte, wurde zu einem ausgesprochenen Befürworter für die Opfer von Agent Orange und widmete den Rest seines Lebens der Sensibilisierung für das Thema. Der Kampf um Gerechtigkeit für die Opfer von Agent Orange ist lang und mühselig gewesen. Im Jahr 1984 führte eine Sammelklage von amerikanischen Veteranen gegen die Hersteller von Agent Orange zu einer Entschädigung von 180 Millionen Dollar. Die vietnamesischen Opfer waren jedoch nicht so glücklich. Trotz zahlreicher Versuche, eine Entschädigung zu erlangen, sind ihre Bitten um Gerechtigkeit weitgehend auf taube Ohren gestoßen. Heute spukt das giftige Erbe von Agent Orange weiterhin das Volk und die Umwelt von Vietnam. Dioxin, die tödliche Chemikalie, die im Herbizid gefunden wurde, bleibt im Boden und im Wasser, vergiftet das Land und beeinflusst neue Generationen von Vietnamesen. Die Vereinigten Staaten und Vietnam haben erst vor kurzem begonnen, gemeinsam an Bemühungen zur Reinigung der kontaminierten Standorte und zur Minderung des andauernden Schadens zu arbeiten, der durch dieses tragische Kapitel in der Geschichte verursacht wurde. Die TET-Offensive. Ein Wendepunkt in den Herzen und Köpfen. In den frühen Morgenstunden des 30. Januar 1968, dem ersten Tag des Mondneujahrs, bekannt als TET, starteten nordvietnamesische und Vietcong-Streitkräfte eine Reihe von Überraschungsangriffen auf südvietnamesische und amerikanische Positionen in ganz Südvietnam. Diese massive militärische Kampagne, die als die TET-Offensive bekannt werden sollte, würde die Grundlagen der Kriegsanstrengungen erschüttern und die Wahrnehmung des Konflikts durch die amerikanische Öffentlichkeit für immer verändern. Während Feuerwerke und Feierlichkeiten das neue Jahr markierten, nutzten die Nordvietnamesen und der Vietcong den Moment, um zuzuschlagen und über 100 Städte und Gemeinden in ganz Südvietnam ins Visier zu nehmen. Zu den bedeutendsten dieser Angriffe zählten die auf die Botschaft der Vereinigten Staaten in Saigon und die antike Stadt Hue, wo fast einen Monat lang eine brutale Schlacht tobte, bevor die Stadt von den Streitkräften der Vereinigten Staaten und Südvietnams zurückerobert wurde. Die TET-Offensive wurde von General Phu Nguyen Giap orchestriert, einem militärischen Strategen, der glaubte, dass ein massiver koordinierter Angriff die amerikanischen und südvietnamesischen Streitkräfte demoralisieren, einen Aufstand in der südvietnamesischen Bevölkerung auslösen und möglicherweise ein schnelles Ende des Krieges herbeiführen könnte. Während die Offensive nicht alle ihre beabsichtigten Ziele erreichte, gelang es ihr, einen psychologischen Schlag gegen die amerikanischen Kriegsanstrengungen zu führen und Zweifel an der Machbarkeit des Sieges in Vietnam aufzuwerfen. Zurück in den Vereinigten Staaten kam die TET-Offensive für die Öffentlichkeit, die Glauben gemacht worden war, dass der Krieg gut verlief und der Sieg in Reichweite war, als Schock. Die Bilder der belagerten Botschaft der Vereinigten Staaten und der brutalen Kämpfe in den Straßen von Hue wurden in die amerikanischen Wohnzimmer ausgestrahlt, zerstörten die Illusion eines kontrollierten Konflikts und enthüllten die düstere Realität eines Krieges ohne absehbares Ende. Als die öffentliche Meinung begann, sich gegen den Krieg zu wenden, veränderte sich auch die politische Landschaft Amerikas. Präsident Lyndon B. Johnson, der ein standhafter Unterstützer der Kriegsanstrengungen gewesen war, sah sich wachsendem Widerstand aus den eigenen Reihen und einer zunehmenden Antikriegsbewegung gegenüber, die ihn schließlich dazu führen würde, seine Entscheidung bekannt zu geben, im Jahr 1968 nicht erneut für das AMT zu kandidieren. Die TED-Offensive hatte auch einen tiefgreifenden Einfluss auf den Präsidentschaftswahlkampf von Richard Nixon, der die Wahl in jenem Jahr gewinnen würde und versprach, Frieden mit Ehre nach Vietnam zu bringen. Die langfristigen Auswirkungen der TED-Offensive gingen über den Bereich der Politik hinaus, da sie grundlegende Fragen zur Natur des Krieges und der amerikanischen Rolle darin aufwarfen. Für viele war die Offensive ein Wendepunkt, ein Moment, in dem der Glaube an die Rechtschaffenheit der Sache zu wanken begann und die menschlichen Kosten des Konflikts scharf in den Fokus rückten. Wie der Journalist Walter Cronkite, der vertrauenswürdigste Mann Amerikas, nach der Offensive sagte, Die TED-Offensive, obwohl sie kein entscheidender militärischer Sieg für die Nordvietnamesen war, erwies sich als kritischer Wendepunkt im Vietnamkrieg, da sie die harte Realität des Konflikts offenbarte und den Glauben der amerikanischen Öffentlichkeit an ihre Führer und die Sache, für die sie kämpften, erschütterte. Die unsichtbare Front, ein Einblick in die Schatten des psychologischen Krieges in Vietnam. In der schattenhaften Welt des psychologischen Krieges sah der Vietnamkrieg beide Seiten ein Arsenal von Propaganda, Täuschung und Schreckenstaktiken einsetzen, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen und ihre Feinde zu demoralisieren. Diese unsichtbare Front des Konflikts spielte eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des Kriegsverlaufs, oft mit Konsequenzen, die weit über das Schlachtfeld hinaushalten. Wenn wir in die trüben Tiefen des psychologischen Krieges während des Vietnamkrieges eintauchen, decken wir eine fesselnde Geschichte von Manipulation, Intrigen und der verborgenen Macht des menschlichen Geistes auf. Der Einsatz psychologischer Taktiken im Vietnamkrieg war nicht auf eine Seite oder Fraktion beschränkt. Die Vereinigten Staaten und ihre südvietnamesischen Verbündeten setzten eine Reihe von Propagandatechniken ein, sowohl im Inland als auch international, um Unterstützung für ihre Sache zu mobilisieren und die Moral des Feindes zu untergraben. Sie fluteten die Luftwellen mit Radiosendungen und Flugblattabwürfen und malten ein Bild von einem gerechten und edlen Kampf gegen die Ausbreitung des Kommunismus. Ein bemerkenswertes Beispiel für amerikanische Anstrengungen im psychologischen Krieg war die Operation Wandering Soul, die im Jahr 1969 gestartet wurde. Die Operation umfasste den Einsatz von Lautsprechern zur Ausstrahlung gespenstischer, vorher aufgenommener Geräusche von stöhnenden und klagenden Geistern, die dazu bestimmt waren, den vietnamesischen Glauben an die umherwandernden Seelen der Toten auszunutzen. Das Ziel war, die Vietcong-Soldaten zu demoralisieren und zu erschrecken, ihren Willen zum Kampf zu schwächen und sie zur Überläufer zu ermutigen. Unterdessen waren die Nordvietnamesen und die Vietcong in ihren eigenen psychologischen Operationen engagiert und nutzten Terrortaktiken und Propaganda, um die südvietnamesische Regierung und ihre amerikanischen Unterstützer zu untergraben. Sie infiltrierten die Medien des Südens und verbreiteten Desinformation, setten Zweifel und Verwirrung unter der Bevölkerung. Die Vietcong zielten auch auf ländliche Dörfer ab und setzten Einschüchterung und Gewalt ein, um die lokale Bevölkerung zur Unterstützung ihrer Sache zu zwingen. Eines der erschreckendsten Beispiele für die psychologischen Taktiken der Vietcong war ihr Einsatz von Attentatskommandos, bekannt als Sapper-Einheiten, um ihren Feinden Angst einzujagen. Diese hoch ausgebildeten Kommandos würden südvietnamesische und amerikanische Einrichtungen infiltrieren und hochwertige Ziele stillschweigend eliminieren, bevor sie in die Nacht verschwinden. Die tödliche Effizienz und Heimlichkeit der Sapper-Einheiten wurde für ihre Feinde zu einer Quelle des Schreckens und ließ viele ständig angespannt und über ihre Schultern blickend zurück. Die Auswirkungen des psychologischen Krieges im Vietnamkrieg waren weitreichend, mit Konsequenzen, die weit über den unmittelbaren Konflikt hinausgingen. Als der Krieg andauerte und Bilder seiner brutalen Realität in Wohnzimmer auf der ganzen Welt übertragen wurden, begann die öffentliche Meinung zu kippen. Die einst zuversichtliche amerikanische Öffentlichkeit wurde zunehmend desillusioniert mit dem Krieg, als die düsteren Realitäten des Konflikts für alle sichtbar wurden. Die Antikriegsstimmung wuchs, teilweise durch die Darstellung des Krieges in den Medien und die Propagandabemühungen der Nordvietnamesen und der Vietcong angeheizt. Der während des Vietnamkrieges geführte psychologische Krieg hatte auch einen tiefgreifenden Einfluss auf die Soldaten selbst. Viele kehrten nach Hause zurück, nicht nur körperlich, sondern auch geistig gezeichnet von den erschreckenden Erfahrungen, die sie gemacht hatten. Die unsichtbaren Wunden, die durch die während des Krieges eingesetzten psychologischen Taktiken verursacht wurden, hinterließen ein dauerhaftes Erbe, wobei unzählige Veteranen Schwierigkeiten hatten, sich mit dem erlebten Trauma auseinanderzusetzen. Der Krieg durch die Linse, wie die Medien den Vietnamkonflikt prägten und die Welt veränderten. Der Vietnamkrieg, oft als der erste Fernsehkrieg bezeichnet, war ein entscheidender Moment in der Geschichte des Journalismus und der Medien. Als Fernsehgeräte in den 1960er Jahren zu einem festen Bestandteil der amerikanischen Haushalte wurden, entfaltete sich der Konflikt in Vietnam vor den Augen von Millionen. Und die erschütternden Realitäten des Krieges wurden in Wohnzimmer im ganzen Land gebracht. Die Rolle der Medien im Vietnamkrieg war beispiellos. Ihr Einfluss auf die öffentliche Meinung und politische Entscheidungen hatte einen nachhaltigen Einfluss auf den Verlauf des Konflikts und die Art und Weise, wie Kriege in der Zukunft behandelt werden würden. In den frühen Tagen des Krieges spiegelte die amerikanische Medienberichterstattung weitgehend die optimistische Erzählung der Regierung wider, die den edlen Kampf gegen den Kommunismus und den Schutz der Demokratie in Südvietnam betonte. Journalisten, die mit US-Truppen eingebettet waren, berichteten über militärische Erfolge und die Kameradschaft zwischen den Soldaten und förderten so ein Gefühl des nationalen Stolzes und der Unterstützung für den Kriegseinsatz. Mit der Fortdauer des Krieges und der zunehmenden Zahl von Opfern begann jedoch die Darstellung des Konflikts durch die Medien sich zu verändern. Journalisten vor Ort in Vietnam, konfrontiert mit den brutalen Realitäten des Krieges, begannen, die offizielle Erzählung infrage zu stellen und die Behauptungen der Regierung über den Fortschritt zu hinterfragen. Diese neu entdeckte Skepsis spiegelte sich in ihren Berichten wieder, da sie die harten Bedingungen, denen die amerikanischen Truppen ausgesetzt waren, die von beiden Seiten begangenen Gräueltaten und die verheerenden Auswirkungen des Krieges auf das vietnamesische Volk aufdeckten. Einer der ikonischsten Momente in der Medienberichterstattung über den Vietnamkrieg war die Tet-Offensive im Jahr 1968. Trotz der Beharrung des US-Militärs, dass der Feind kurz vor der Niederlage stand, zeigte der Überraschungsangriff der Nordvietnamesen und der Vietkong, dass der Krieg noch lange nicht vorbei war. Bilder der heftigen Kämpfe in Saigon und anderen Städten wurden an Millionen von Zuschauern ausgestrahlt, die Illusion eines unmittelbar bevorstehenden Sieges zerschmetternd und die öffentliche Meinung gegen den Krieg wendend. In der Folge der Tet-Offensive wurde die Rolle der Medien BÈ, der Gestaltung der Erzählung des Krieges, noch stärker. Investigative Journalisten wie Seymour Hersh deckten schockierende Geschichten auf, wie zum Beispiel das Massaker von Mai Lai, BÈ dem Hunderte unbewaffneter vietnamesischer Zivilisten von US-Soldaten getötet wurden. Die Veröffentlichung der Pentagon-Papiere im Jahr 1971, eine topgeheime Studie, die die Täuschungen und Missmanagement der US-Regierung im Krieg aufdeckte, untergrub weiter das öffentliche Vertrauen und schürte die Antikriegsstimmung. Der Einfluss der Medien erstreckte sich über die amerikanische Öffentlichkeit hinaus und erreichte die höchsten Ebenen der Regierung. Präsident Lyndon B. Johnson bemerkte berühmt, dass er wusste, dass er die Unterstützung des amerikanischen Volkes verloren hatte, als Walter Cronkite, der hoch angesehene Nachrichtensprecher der CBS Evening News, seine Zweifel an den Erfolgsaussichten des Krieges äußerte. Mit wachsendem Widerstand gegen den Krieg nahm der politische Druck auf die Regierung zu, eine verhandelte Lösung zu suchen, was schließlich zum Abzug der US-Truppen aus Vietnam führte. Der Vietnamkrieg veränderte für immer die Beziehung zwischen den Medien und dem Militär. Im Nachgang des Konflikts versuchten die US-Regierung und das Militär, eine stärkere Kontrolle über den Informationsfluss in Kriegszeiten auszuüben und implementierten Politiken wie die Einbettung von Journalisten in militärische Einheiten während des Golfkriegs und des Irakkriegs. Derweil wurde die Rolle der Medien bei der Formung der öffentlichen Meinung während des Vietnamkriegs sowohl gelobt als auch kritisiert, wobei einige argumentierten, dass sie die Wahrheit aufdeckte und die Regierung zur Rechenschaft zog, während andere behaupteten, dass sie den Kriegseinsatz untergrub und die Truppen demoralisierte. Stimmen des Widerspruchs, die Antikriegsbewegung und ihre Echos durch die Geschichte. Der Vietnamkrieg, ein Konflikt, der fast zwei Jahrzehnte andauerte, inspirierte eine beispiellose Welle von Antikriegsstimmung und Aktivismus, die sich über die Vereinigten Staaten hinaus ausbreitete. Die Antikriegsbewegung, angetrieben von einer vielfältigen Reihe von Stimmen und Anliegen, spielte eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Regierungspolitik, der Veränderung der kulturellen Landschaft und hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck auf den Lauf der Geschichte. Als der Krieg in Vietnam eskalierte und die menschlichen Kosten offensichtlich wurden, begann eine Oppositionsbewegung zu entstehen. Universitätscampus in den ganzen Vereinigten Staaten wurden zu Brutstätten des Widerspruchs, wobei Studenten Teach-Ins Demonstrationen und Proteste organisierten, um ihre Bedenken gegen den Krieg zum Ausdruck zu bringen. Einer der bemerkenswertesten dieser frühen Proteste fand im Jahr 1965 an der Universität von Michigan statt, wo Studenten und Dozenten sich für ein 24-stündiges Teach-In versammelten, um ihre Kollegen über die Komplexität des Krieges und die Gründe für ihren Widerstand aufzuklären. Die Antikriegsbewegung beschränkte sich jedoch nicht auf Universitätscampus. Sie umfasste ein vielfältiges Spektrum von sozialen und politischen Gruppen, von Bürgerrechtsaktivisten bis zu religiösen Führern, Gewerkschaften bis zu Frauengruppen. Prominente Persönlichkeiten wie Dr. Martin Luther King Jr. und die Musikerin Joan Baez liehen ihre Stimmen der Sache und sprachen sich gegen die moralischen und ethischen Implikationen des Krieges aus. Die Bewegung wurde durch die Einführung der Wehrpflicht im Jahr 1969 weiter beflügelt, die tausende junger Männer zum Kampf in einem Krieg aufrief, den viele zunehmend als ungerecht und ungewinnbar ansahen. Mit dem zunehmenden Momentum der Antikriegsbewegung begann sie, die kulturelle Landschaft der Vereinigten Staaten zu beeinflussen. Das Friedenssymbol, ursprünglich für die britische Bewegung zur atomaren Abrüstung entworfen, wurde zu einem ikonischen Emblem der Antikriegsbewegung und schmückte alles von Flaggen bis hin zu Kleidung. Musik spielte eine besonders bedeutende Rolle, mit Künstlern wie Bob Dylan, Creedence Clearwater Revival und Marvin Gaye, die kraftvolle Hymnen verfassten, die den Geist der Zeit einfingen und die Massen mobilisierten. Die Antikriegsbewegung erreichte auch Länder jenseits der amerikanischen Küsten und inspirierte Proteste und Demonstrationen in Ländern auf der ganzen Welt. In Europa, Asien und Australien gingen Aktivisten auf die Straßen, um sich mit ihren amerikanischen Kollegen solidarisch zu zeigen, den Krieg zu verurteilen und ein Ende der Gewalt zu fordern. Diese internationalen Proteste halfen, einen globalen Konsens gegen den Krieg aufzubauen, was die Unterstützung für den Konflikt weiter erodieren ließ und die Regierungen unter Druck setzte, ihre Positionen zu überdenken. Die Auswirkungen der Antikriegsbewegung auf die Regierungspolitik können nicht unterschätzt werden. Die wachsende öffentliche Opposition gegen den Krieg, kombiniert mit der zunehmend kritischen Berichterstattung der Medien, zwang die Politiker aufzumerken. Als sich die Flut der öffentlichen Meinung wandte, spürten die gewählten Vertreter den Druck, eine verhandelte Lösung zu suchen und ein Ende des Krieges herbeizuführen. Der Einfluss der Antikriegsbewegung war am deutlichsten in der Präsidentschaftswahl 1972 zu spüren, in der der Antikriegskandidat George McGovern die Nominierung der Demokraten gewann und so die Veränderung der politischen Haltung gegenüber dem Konflikt signalisierte. Auf den Wellen des Schicksals treibend, die Odyssee der vietnamesischen Boat People. Im Nachklang des Vietnamkriegs begann ein neues und erschütterndes Kapitel für das vietnamesische Volk. Als die kommunistische Regierung ihren Griff um die Nation verstärkte, suchten Millionen Menschen nach einem Ausweg vor den Härten, der Unterdrückung und der Unsicherheit, die vor ihnen lagen. Unter ihnen waren die Boat People, eine Generation vietnamesischer Flüchtlinge, die gefährliche Meere, Piraten und gnadenlose Elemente auf der Suche nach einem besseren Leben herausforderten. Ihre Geschichten sind ein Zeugnis für die Widerstandsfähigkeit des menschlichen Geistes und ihre Reise hat einen unauslöschlichen Eindruck auf die Nationen hinterlassen, die ihre Türen für diese unerschrockenen Seelen öffneten. Die Exodus der Boat People begann ernsthaft nach dem Fall von Saigon im Jahr 1975, als Panik das Land ergriff und Tausende versuchten, dem herannahenden kommunistischen Regime zu entkommen. Die erste Welle der Flüchtlinge bestand hauptsächlich aus ehemaligen Militärpersonal, Regierungsbeamten und ihren Familien, die mit den Vereinigten Staaten oder der südvietnamesischen Regierung zusammengearbeitet hatten und Verfolgung oder Vergeltung vom neuen Regime befürchteten. Diese verzweifelten Männer, Frauen und Kinder gingen an Bord von klapprigen, überfüllten Booten und machten sich auf den Weg über die gefährlichen Gewässer des südchinesischen Meeres in der Hoffnung, Zuflucht in benachbarten Ländern zu finden. Viele erreichten ihr Ziel nie. Sie erlagen Stürmen, Hunger oder den Raubzügen von Piraten, die die Gewässer auf der Suche nach verwundbaren Beute durchstreiften. Dennoch trotzte trotz der entmutigenden Chancen unzählige andere, angetrieben von dem unbeugsamen Willen zu überleben und dem Traum von einer besseren Zukunft. Das Leiden der Boat People blieb von der internationalen Gemeinschaft nicht unbemerkt. Als ihre Zahl wuchs, starteten die Vereinten Nationen und humanitäre Organisationen wie das Zwischenstaatliche Komitee für Europäische Migration, ICM, Bemühungen, den Flüchtlingen zu helfen und ihre Neuansiedlung zu erleichtern. Länder wie die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Frankreich öffneten ihre Türen für die Boat People und boten ihnen die Chance, ihr Leben in einem neuen Land wieder aufzubauen. Die Reise der Boat People war voller Herausforderungen, sowohl während ihrer gefährlichen Seereise als auch bei ihrer Ankunft in ihren Gastländern. Viele Flüchtlinge kamen mit kaum mehr als den Kleidern auf dem Rücken an, kämpften darum, sich an eine fremde Kultur, Sprache und Lebensweise anzupassen. Doch immer wieder zeigten sie eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit, gründeten neue Gemeinschaften und trugen zur reichen Vielfalt ihrer angenommenen Heimat, Bay. Die Geschichten der Boat People sind so vielfältig wie die Individuen selbst. Da ist die Geschichte von Lely Hayslip, die Vietnam auf einem kleinen Fischerboot entkam und in den Vereinigten Staaten eine erfolgreiche Unternehmerin und Philanthropin wurde. Oder die Geschichte von Nguyen Ngoc Ngan, einem ehemaligen Lehrer, der die Gefahren des offenen Ozeans trotzte, nur um die Härten eines malaysischen Flüchtlingslagers zu ertragen, bevor er schließlich in Kanada als renommierter Autor und Rundfunksprecher ein neues Leben fand. Echos eines fernen Krieges. Das bleibende Erbe von Vietnam und die Lehren, die wir weitertragen. Der Vietnamkrieg, ein Konflikt, der fast zwei Jahrzehnte dauerte und einen unauslöschlichen Eindruck auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts hinterließ, hat einen langen Schatten auf das Leben derjenigen geworfen, die ihn durchlebten, und auf die Nationen, die durch seinen Verlauf für immer verändert wurden. Wenn wir über das Erbe dieses fernen Krieges nachdenken, müssen wir nicht nur die Narben in Betracht ziehen, die er hinterlassen hat, sondern auch die Lehren, die er uns über die wahren Kosten von Konflikten und die Wichtigkeit des Strebens nach einer gerechteren und friedlicheren Welt gegeben hat. Für die Veteranen, die in Vietnam dienten, war der Krieg ein Schmelztiegel, der ihren Mut, ihre Entschlossenheit und ihre Menschlichkeit auf die Probe stellte. Sie kehrten nach Hause zurück, belastet von ihren Erfahrungen, manche mit körperlichen Verletzungen, andere mit psychischen Wunden, die ein Leben lang zu heilen dauern würden. Als sie versuchten, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren, standen viele nicht nur vor den Herausforderungen ihrer eigenen Traumata, sondern auch vor der Stigmatisierung und dem Missverständnis einer Öffentlichkeit, die von dem Krieg desillusioniert war. Die Familien dieser Veteranen waren ebenfalls betroffen, da sie mit der emotionalen Belastung des Umgangs mit ihren Liebsten und den Komplexitäten des Nachkriegslebens zu kämpfen hatten. In vielen Fällen wuchsen die Kinder der Vietnam-Veteranen im Schatten der Erfahrungen ihrer Eltern auf, erbten das Erbe von Trauma und Verlust, das ihre eigenen Leben und Perspektiven prägen würde. Auch die an dem Konflikt beteiligten Nationen wurden unauslöschlich von dem Erbe des Krieges geprägt. In Vietnam forderte die Zerstörung durch jahrelangen Krieg einen erschütternden Tribut an das Land und seine Menschen, mit Millionen Toten, Verletzten oder Vertriebenen. Das Land hat seitdem bemerkenswerte Fortschritte bei seiner Erholung gemacht und ist als dynamische und widerstandsfähige Nation hervorgegangen, die weiterhin mit den bleibenden Folgen ihrer Vergangenheit kämpft. Für die Vereinigten Staaten von Amerika ist der Vietnamkrieg zum Symbol für die Grenzen der amerikanischen Macht und die Gefahren der militärischen Intervention geworden. Die langwierige und ergebnislose Natur des Konflikts, verbunden mit der weit verbreiteten Antikriegsstimmung im Inland, hat viele dazu veranlasst, die Weisheit von Interventionspolitiken und die wahren Kosten des Krieges infrage zu stellen. In den Jahren nach Vietnam haben die Lehren des Konflikts die amerikanische Außenpolitik geprägt und die Art und Weise bestimmt, wie die Nation militärische Engagements und Diplomatie angeht. Als unsere Reise durch die komplexe und facettenreiche Geschichte des Vietnamkriegs zu einem Ende kommt, finden wir uns mit einem tieferen Verständnis der Ereignisse, der Menschen und der bleibenden Auswirkungen dieser turbulenten Periode wieder. Nehmen wir uns einen Moment Zeit, um über die Worte des gefeierten vietnamesischen Zen-Meisters und Friedensaktivisten Thich Nhat Hanh nachzudenken, der einst sagte, wenn du das Leiden und die Wurzeln des Leidens verstehst, kann Mitgefühl entstehen. In der Erinnerung an das Leiden und die Opfer all derer, die vom Vietnamkrieg berührt wurden, sollten wir uns bemühen, Mitgefühl, Verständnis und ein unerschütterliches Engagement für eine friedlichere und gerechtere Welt zu pflegen. Danke, dass Sie uns auf dieser aufschlussreichen Erkundung des Vietnamkriegs begleitet haben und mögen die Lehren, die wir gelernt haben, ein Leitstern auf dem Weg zu einem besseren Morgen sein. Auf Wiedersehen und bis wir uns wieder auf einer anderen Reise durch die Seiten der Geschichte treffen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017